hallo und herzlich willkommen schön dass du da bist schön dass ihr da seid liebes team body and soul at home ich bin die veronika der die eine oder andere kennt mich vielleicht schon und hoffe auch ein paar neue die mich vielleicht heute kennenlernen und wir starten heute in ein intervall fit 45 minuten und du benötigst auf jeden fall eine matte was zu trinken und eventuell auch ein handtuch und ansonsten bevor wir starten kannst du dich gerne schon mal vorbereiten noch der kleine hinweis muss kurz lesen morgen kommen zwei live sessions am samstag kommen zwei live sessions und am sonntag am ostersonntag um 9.30 Uhr ein special und 2000 waren youngstars also für die kleine ja aber jetzt starten wir erstmal in unser workout der plan ist es ja ein intervall fit das heißt wir machen intervall training immer drei übungen für zwei mal 30 sekunden wird teilweise auch varianten geben ob es wird eine schöne herz kreislauf belastung auch natürlich auch muskulär und wir haben drei intervalle mit dabei und wir machen das ganze für zwei durchgänge dann würde ich sagen ich bin bereit ich hoffe ihr auch und wir nehmen einfach los mit unserem warm up musik mache ich an und sehr gerne immer feedback geben musik lautstärke mikrofon lautstärke bei mir und in den kleinen pausen regel ich das dann einfach so du stellst dich auf stabiler stand bauch decke ran gönne erstmal zwei drei bewusste atemzüge richte sich immer mehr auf und wir starten in einen schulterkreis halbes tempo so jetzt geht's los bereitet dich vor bereitet sein körper vor auf das workout wir tun was für uns so hände auf die obere schenkel macht an den rücken rund und lang ich frage mich ja ob die maria wieder mit dabei ist freue mich auf eure kommentare kommen nach oben stelle ich stabil auf und kommen die hip touch so du merkst schon kleine rotation aus einem oberen rücken so für vier drei zwei komm mit mir in die seiteneige genau zieh dich immer ein stückchen länger und deine schultern bleiben tief genau vier drei zwei und komm in lecker so ferse zieht ran und du merkst schon kreislaufsystem kommt in schwung gelenke schmieren wir so wir werden dynamischer jump 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 märchen sanfte landung jederzeit nimmst du den sprung auch raus du entscheidest und wir wechseln in die high knees gerne nimm die arme rücken mit dazu und bauch der gibt es immer noch fest ran vier drei zwei mehr und so leichtes jogging wir bereiten schon mal auf den ersten intervall vor und wir ziehen die knie nach oben und du läufst auf der stelle so schnell du kannst für knapp acht sekunden tap 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 vier drei zwei und wenn wir uns eine kleine pause soll versorgen unsere oberschenkelmuskulatur richtig schön mit sauerstoff für unsere erste einheit diesen kleinen sprint machen wir gleich nochmal und go tap 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 vier drei und stop work your body to the beat nimm das tempo raus und bleib ruhig etwas in bewegung und ich zeige unsere drei übungen einmal im schnelldurchlauf vor zweimal dreißig sekunden und zwar die kniebeuge mit dem ausfallschritt alternativ bleibst du hier in der dynamik kannst du dich auch dazwischen wechseln übung nummer zwei der split jump und für mehr kreislaufeffekt machen wir dieses double double tief übung nummer drei auf deine matte in den hollow rock alternative folgt so 20 sekunden wer ist schon da johanna ich hoffe du bist live dabei sicher dein workout so erste übung machen wir mal platz hier leg die matte zur seite dein tempo fokus auf dich und ich freue mich dass ich mit euch hier und heute da sein kann und los geht's so ersten 30 sekunden jump genau du fühlst wie deine füße abfedern deine muskulatur abfedert und ich gebe dir nochmal deine variante dynamisch kannst du jederzeit tief und hoch und stop 15 sekunden habe ich noch gar nicht erwähnt oder pause dazwischen immer nützlich zum atmen zum lächeln karin bist du auch mit dabei und go nächste runde so wenn dein popo nach hinten unten schiebt ist deine ferse mit auf dem boden vier drei und das waren schon wieder hammer 30 sekunden so zwei durchgänge double double tief fühlt ihr das in vier drei zwei und go double 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 mach weiter alternative du steigst zurück steigst zurück egal welche variante dein knie bleibt stabil ich schau mal kurz wer noch da ist Marlene ich hoffe du machst live mit du weißt genau deinen workup so vier drei zwei und stop so pause dann gleich nochmal gleiche Übung du merkst schon schön fürs Kreislaufsystem schön für deine Beine schön für dein Gesäß und auf geht's double double tief schau gerne mal auf die Füße das hier ist schon mega wenn du zum Ende merkst aber da geht noch mehr hebst einfach ein bisschen weiter ab und bleibst länger in der Luft double double tief so dein Bauch der stabilisiert du bist stark bleib auch stark in deiner Haltung so es geht nach unten in den Hollow Rock in Rückenlage Schultern anheben und go Position halten genau und dann kannst du dich etwas anschubsen oder du hältst Option Beine beugen und lässt dein Becken angehoben genau und die Arme dieser lange Hebel hier hinten finde ich nochmal wunderbar Option so bleib dran bleib dran bleib dran vier drei zwei und stop wird warm oder mir ist warm spann mal deine Po backen jetzt in der nächsten Runde nochmal ein bisschen mit an in vier drei zwei und go wenn du die Variante mit gebeuten Beinen nimmst schau mal wenn du anfängst zu wippen dass der Abstand von deinen Knien zu deinen Schultern oder zu deiner Brust immer gleich bleibt ganz ganz unverändert ja es darf eine Challenge sein so für vier drei zwei release so wenn du hier oben angekommen bist bleib etwas in Bewegung ja das Herz pumpt gerade wieder das ganze Blut weiter nach oben sehr gerne einen Schluck trinken so Michaela hi schön dass du auch da bist wie geht's euch jederzeit auch in den Pausen kurz tippen ich antworte später so nächsten drei Übungen unsere Good Mornings gemeinsam mit dem Inchworm alles im Wechsel Übung Nummer eins Übung Nummer zwei der Jump zur Seite und schnelle Beine das Dribbling und Übung Nummer drei andersrum als gerade eben der Superman Fly jetzt sagen wir legen los in 20 Sekunden tiefer Atemzug so in acht in sieben bist du bereit ich bin's in vier Good Mornings du kannst die Hände auch an die Ohren nehmen bleib stolz und komm tief richte dich auf und komm in den Inchworm und zurück nach oben gleich nochmal Good Mornings und komm tief und wieder zurück achte mal drauf dass deine Schultern immer schön tief bleiben dann ist dein Rücken nämlich wunderbar lang ja und den möchtest du jetzt und hier mittrainieren und dein Gesäß und Pause so gleiche Übung nochmal wie läuft's großartig oder bist du stolz auf dich ja oder ja einzige Antwort die es gibt so nächste Runde tief hoch Hände zu Boden komm vor und wieder halt auch hier die Spannung deine Good Mornings und dein Inchworm ich würde sagen da geht noch was Gesäß nach hinten und du hast gerade gemerkt oder spürst du es in deiner Beinrückseite jederzeit die Beine mehr mitbeugen ja wir sind alles Unikate Gott sei Dank und stop so 15 Sekunden dann starte ich nach rechts ja du machst gerne dein Tempo viermal darf dein Ziel sein die Dribblings und go jump 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 go 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 jump ich weiß da so schnell vielleicht bist du sogar noch ein Tickchen schneller 15 Sekunden jump 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 1,2,3,4 1,2,3,4 so vier Sekunden und stop so Betty bist du auch wieder mit dabei hallo an euch alle nächste Runde nochmal nach rechts und du hörst das lass deine Atmung fließen und mein Tipp einmal auf deine Ausatmung konzentrieren die Einatmung läuft ganz von selbst jump jump go 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 so das nehmen wir noch mit vier drei zwei ich hoffe ihr seid auch aus der Puste Bauchlage Superman Fly drei so erstmal Arme lang Beine lang und heb an so Alternative Arme neben den Körper und jetzt schaust du mal ob du dich hier anschubsen kannst mach weiter du hältst immer diese Spannung die Beine bleiben gleich lang die Kraft kommt aus deiner Körpermitte du kannst auch halten und wir haben Pause 15 Sekunden das tut gut gleich nochmal so zieh die Bauchdecke zu dir ran und go mach weiter weil die Form in deinem Bauch bleibt immer gleich nur die Spannung verändert sich ein bisschen aber die Bauchdecke zieht beständig zu dir ran und die Mundwinkel ruhig samt nach oben oder strahlende Lächeln so vier drei zwei und check so komm nach oben und sobald du oben bist bleib wieder in Bewegung die Matte kann man gleich lassen so spür wie das Blut wieder nach oben kommt das ist Herz-Kreislauf-Training nach unten kommen wieder aufstehen so leicht kann es manchmal sein gerne Schluck trinken so wie geht es euch großartig oder so wir kommen den Hover zum Deep Squat entweder marschierst du im Wechsel rechts und links oder der Jump Knie bleiben außen eventuell bist du höher Übung 1 Übung 2 machen wir einfach gemeinsam und Übung Nummer 3 unser Asus Kick der Dunkey Kick Bam Fersen von dir weg alternativ nach oben so ich würde sagen wir legen los in 8 Sekunden mit dem Hover zum Deep Squat Team Body and Soul at Home seid ihr dabei? 4 3 2 und go ich persönlich nehme immer Spannung vor Tempo empfehle ich dir auch Ausführung sowieso in der Position ganzer Fuß auf dem Boden und öffnest dein Herz Richtung Himmel so für 4 3 2 und nochmal schon wieder 30 Sekunden Check gleich nochmal in 4 eine meiner Lieblingsübungen super Mobilisation zum Spaß dazu und go und go oh Marlene ich weiß da bist du ganz vorne dabei Johanna sowieso aber wer noch der schreibt mir gerne nach der Übung auch deine Alternative im Kopf behalten du trainierst für dich und stopp Rückenlage auf die Matte hat ja gesagt machen wir gemeinsam der diagonale Crunch Füße ziehst du nah ran und die Arme lang so ich weiß wir wollen durchatmen das machen wir auch trotzdem zieht die Bauchdecke ran so 15 Sekunden dein diagonaler Crunch bis deine Frisur nicht mehr sitzt dann läuft das Workout so in 4 3 und stopp so 15 Sekunden jetzt gerne mal tief einatmen so der diagonale Crunch in 4 3 und nochmal und auch hier du möchtest so viel Spannung wie möglich in deine Ausführung bringen so 15 Sekunden vielleicht ziehst du ein Stückchen höher aber immer noch mit dem sanften Lächeln von innen so 2 mehr und löse so was war Übung 3 unser Dunkey Kick Schultern bleiben tief so deine Variante wir starten auch hier nimm dir Zeit zum Abfedern oder im Wechsel nach oben schieben und hast du schon mal gemerkt wie wichtig deine Arme deine Hände sind so für 4 so für 4 oh hi Mine gerade zur richtigen Zeit Pause für uns alle spürt ihr auch die Beine die Mine macht der Kleine auch schon zumindest die gute Laune macht damit oder und go so jetzt nochmal Hände ankern Schultern tief ich weiß du kannst das 15 Sekunden und wir bleiben dran und stopp so das war die erste Runde seid ihr noch da wie geht's euch ich schau genau wer sich meldet so was zu trinken und wir kennen ja die Übungen wir starten von vorne der zweite Durchgang wem es war ich sehe euch auch so so 30 Sekunden das war die Kniebeuge mit dem Ausfallschritt in Kombination gesprungen oder dynamisch so sammle deine Energie dein Training du gemeinsam mit deinem Körper und wir gemeinsam auf geht's du machst dein Tempo weißt kurze Intervalle gib ruhig Gas ja auch in der Dynamik kannst du Gas geben indem du Spannung hast auch ohne Sprung anker deine Füße und Pause wunderbar die Miene spürt alles ich auch los geht's gleich nochmal und den Schweiß den spür ich auch du machst weiter ich gebe nochmal einen kleinen Tipp vor allem wer viel sitzt komm wieder ganz nach oben ich weiß bisschen weniger hier dafür mehr hier muss man balancen wir trainieren intelligent 8 Sekunden 4 3 3 und Stop Sounders Split Jump mit dem Double oben bist du bereit und go Double Double Tief und du federst als musst du auf einer Wolke stehen im Double über deine Fußballen Double Double genau denk an deine dynamische Variante auch hier möglich so 4 3 2 und Stop ich hoffe man kann das sehen das ist Life Life so in 4 3 und go wie tief gehst du noch wie hoch springst du noch Marlene da geht noch ein bisschen mehr oder Double Double Jump Double Double Jump für 8 7 so Johanna da geht auch nochmal ein bisschen mehr und ich weiß bei dir aber wir uns noch nicht kennen geht auch nochmal ein bisschen mehr und Stop so unser Hollow Rock Rückenlage Beine nach oben mach es dir unbequem in 4 3 so viel zu uns das Schultern anheben und die Bauchdecke ran auch hier der Trick ist stell dir ein Gummiband um deine Pobacken vor und das ziehst du zu dir ran Back in Mode so in 4 in 3 und das Schwingen vergessen und Stop so 15 Sekunden in was Pause ausatmen in 4 in 3 ich weiß ihr seid noch da und go so deine 30 Sekunden unsere 30 Sekunden so und wieder wenn du hier schwingst übrigens immer hier in der Spannung bleiben ansonst die Beine anwinkeln und der Abstand gleich und lächeln weil das können wir alles zusammen 4 3 2 und Stop so du kommst nach oben und bleibst gleich wieder in Bewegung gerne was trinken so wieder die guten mornings und der Inchworm dann unser Jump zur Seite lateral und die Dribblings schnell und unser Superman fly in 4 würde sagen wir gehen es an und Jump Jump so das sind die schnellen Beine setz dir einfach mal einen Fokus bei dieser Übung ich würde mal sagen die Schnelligkeit 4 mal 4 mal 4 mal und wenn du sagst verdammt sind aber nur 2 wir steigern uns ich trainiere dann auch quasi offline mit dir wenn du möchtest und Pause habe ich gesagt Pause ich meine natürlich Training und Go 30 Sekunden ah schön dass ich die Reihenfolge vertauscht habe oder? Hauptsache ihr macht mit Jump Jump 1 2 3 4 1 2 3 4 Go 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 bleib dran bleib dran Johanna bist du noch dabei? und Stop so jetzt die Good Mornings und der Inchwalk Achte auf deinen Kreislauf und Go komm tief komm nach vorne und nach oben gleich nochmal Denk an deine Optionen auch hier so ganz ganz wunderbar wenn wir immer Ziele haben da wo wir noch hingehen können so 8 Sekunden machen wir nochmal mit den langen Armen und Pause und Pause gleich nochmal diese Übungskombi in 4 3 3 oh Johanna schön dass du logisch noch da bist hab nichts anderes erwartet komm mal nochmal zurück und komm hoch und komm tief mach weiter nochmal für dich egal welche Variante du machst du hast immer volle Spannung ja das ist das Wichtige und wir sind bereit für den Superman Fly Bauchlage in 4 ist übrigens auch ein Herr dabei ein Mann darf auch gerne mal schreiben wenn wir schon die Superman Flies machen du hältst wieder die Spannung in deinem Rumpf die vor mir bleibt immer gleich so 8 Sekunden und halte die Spannung jetzt die Pause 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 vorbei mach dich bereit 4 3 und wir fliegen gefühlt nochmal jederzeit den hier wenn die Schultern nach oben flutschen ziehst du sie entweder tief und nimmst die Arme neben den Körper und 15 Sekunden starker Rücken starker Rumpf und starke Körper Rückseite so 4 3 2 und Stopp schön ist es ganz Körper Workout und Herz-Kreislauf-System und die gute Laune der Spaß kommt immer automatisch so Mathe lassen wir wieder Pause ungefähr noch 45 Sekunden dann wieder unser Hover-to-Deep-Squad unseren diagonalen Crunch und den Donkey-Kick ich freue mich schon dann wieder was für die Schulter und der ganze Rest so wir starten mit Hover zu Deep-Squad in 15 Sekunden mach dich bereit Schultern tief anker deine Hände in 4 3 2 und go so dein Intervall für 45 Minuten du bist dabei Knie gehen nach außen ich sehe es ganz genau was machst du wenn du die Knie nach innen kollabieren Fuß außen eine mehr belasten weiter nach oben so für 4 3 2 und da ist die kurze Pause 15 Sekunden dann der Spaß nochmal so Emine bist du noch dabei? der Kleine macht den Cheerleader oder? und go Blick nach vorne landen und selbstverständlich das hier ist Erholung das brauchen wir nicht du bleibst hier oben in der Spannung schützt deine Knie so in 4 3 2 ihr seid der Wahnsinn du bist mega ich freue mich dass du mit dabei bist komm in Rückenlage Diagonaler Crunch Diagonal auf geht's genau du atmest durch und trotzdem hältst du deine Spannung und schieb die Luft wieder kraftvoll raus und ich würde sagen wir ziehen uns einfach noch ein Stückchen höher aber Füße ruhig nah ran und 15 Sekunden hör dir die Musik gut feeling da bleiben wir dran in 4 3 und go so so push it du schaffst ihn noch etwas mehr komm nach oben du crunch dich deswegen heißt das Crunch schön diagonal ein und wir wechseln die Position auch hier lass dein Herz-Kreislauf-System mitkommen die Donkey Kicks und go und du federst ganz ganz sanft 15 Sekunden kannst auch dazwischen mal wechseln ja go 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 für 4 3 und noch einmal 30 Sekunden dann das Finale und go 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 genau jetzt ausatmen Bauchdecker ran für dich 15 Sekunden und ich finde das ist ein geniales Workout um zu sagen du postst einfach was davon deine Matte den Schweiß und nominierst jemanden ja der dann auch mitmachen darf und stop so dann kommen langsam nach oben der absolute Hammer so wir haben noch einen kleinen Cooldowner vor dem Cooldown und zwar kommen wir in Rückenlage und wir fahren Fahrrad in Rückenlage und dazu hebst du dein Becken an ja wir erinnern uns wieder an das Gummiband das wäre Schwung oder ein Reverse Crunch gibt beides wir wollen senkrecht nach oben und radeln vor allem Spaß ja sanfte Lächeln von innen so damit es richtig Spaß macht der erste Durchgang 60 Sekunden der zweite 45 der dritte 30 deine letzten drei Workout Durchgänge für dieses für diesen Intervall 20 Sekunden bist du bereit geht's dir gut oder schon großartig in vier drei Hände kannst du an die Ohren du kannst sie auch neben dich so Bauchdecke ran und das Gummiband gefühlt zu dir ranziehen und auch deine Rippenböge die ziehen ganz fest ran gleich ist schon die Halbzeit und wieder tief nochmal hoch und wieder so während du in der Bewegung bist in deinem Workout ist ausruhen No Go das heißt du bleibst in der maximalen Spannung lieber dazwischen ein zweimal aussetzen anstatt so nochmal hoch und mit der Tief einmal mehr erster Durchgang Check 15 Sekunden in vier in drei und komm mit mir hoch und wieder tief so setz dir gerne deinen persönlichen Fokus entweder das gedachte Gummiband oder deine Rippenbögen die du fest ran ziehst und Gesicht entspannen fach nochmal das sanfte Lächeln aus Training Bewegung und gefühlt ja nicht nur gefühlt wir machen das ja gemeinsam nur räumlich getrennt Arm wieder tief so gib mir noch zwei und Runde Nummer zwei vorbei das heißt wir haben noch einmal 30 Sekunden in vier drei und go so mobilisier nochmal so du genau du bisschen weiter nach oben und etwas länger die Spannung halten und mit der tief letzten zwei nochmal hoch und lösen so zieh deine Knie ran öffnen deine Knie und Feder von rechts nach links und zieh mal im Wechsel ein Knie näher ran bleib noch hier für ungefähr zehn Sekunden und dann komm langsam zurück zur Mitte und richte dich ganz langsam auf und ich suche uns mal sanfte Musik aus und ich sag du hast megamäßig trainiert und das war so ein Spaß auch für mich und jetzt entspannen wir noch gemeinsam Herzfrequenz wieder etwas runterbringen Spannung aus der Muskulatur nehmen das Leben genießen ich starte mit einem Ausfall Schritt und die Arme lang und wechsel anderes Bein zurück jetzt wirklich Spannung rausnehmen und dann bring beide Füße nebeneinander und setz einen Fuß nach vorne ganzen Fuß aufsetzen Geset zurück und wir wechseln und nochmal spüren wie fühlt sich an ich spüre meine Oberschenkel und dann stelle ich bereit auf Beine nochmal etwas beugen und komm nach links und zur anderen Seite und nochmal im Wechsel und richte dich wieder auf und dann atme mit mir tief ein öffne deine Arme und atme aus mach dich rund gleich nochmal fühlt sich gut dann oder die Ruhe nach der Power atme aus senkt deine Arme ab stell dich ganz bequem auf nochmal die Schultern tief und jetzt schiebt dann rechte so Richtung Decke und die rechte Schulter tief und dann Wechsel nochmal zur anderen Seite und nochmal rechte Schulter tief und nochmal links und dann komm zurück zur Mitte und ich hau hier aber mein riesen Dankeschön raus an dich an euch the body and soul team freue mich ein Teil davon zu sein wir alle und wie gesagt sehr gerne postest du mach das zu hause auch von deinem workout hashtag team body and soul at home und vielleicht sagst du ich hab so geil geschwitzt das war wunderbar das muss jemand anderer mitmachen sehr gerne markiert und ich freue mich am Freitag bin ich wieder da vielleicht bist du auch mit dabei und nächste Woche haben wir noch zwei Live Specials zusätzlich und zwar Dienstag um 19 Uhr und Donnerstag um 7 Uhr 30 ist eigentlich genau meine Zeit ich freue mich wenn du das nächste Mal mit dabei bist und ich wünsche euch einen ganz ganz wunderbaren Tag Abend Morgen wann auch immer du das dir ansonsten anschaust wer live dabei war genießt es auch noch stay healthy and fit eure Veronika ciao